Sieh mal, wie groß sie ist. Man sieht sogar die Erdkrümmung. Ich bin gern bei dir, Papa. Guck mal, Papa, da hinten. Ein Boot! Nein, ich glaube nicht. Mal sehen. Das... das... das ist eine Urne. Wozu braucht man die? Zum Wählen, mein Sohn. Die Wahlen betreffen uns alle. Dieses Mal wähle ich. Europawahlen am 26. Mai 2019. Untertitelung des ZDF, 2020